herzlich willkommen hierzu jetzt hierzu battlefront zur beta und ja hier sind wir starten wieder als imperialer in diese zweite phase jetzt eigentlich von ja ich könnte es fast preview nennen weil es ist ja die beta und in der zweiten phase will ich jetzt euch ein bisschen was über die na verdammt das hat der datt kult über den kampf sagen also über den bodenkampf mal zeigen papa papa holen wir uns auch mal noch was irgendwas fein ist so also ich sehe es ist ja noch nicht als let's play an erst review let's review weil es ist ein letztes review scheiße als natürlich der kampf jetzt hier am boden bisschen ist natürlich jetzt interessanter ach verdammt jetzt darf ich den nicht und nein luke skywalker hier habt ihr mal was und schild generator da drüben da ist er hat das was 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 heißt auch jetzt habe ich mir finger verbrannt das ist natürlich perfekt wegwerber wo ist er auch und ernern an mehreren flieg leider hier auf der auf der seite wenig so und da kommt der schild damit sind wir erstmal sicher aber das was 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 da wo scheiße p p p p p 1 9 9 1 ok jetzt könnt ihr euch mal noch ein bisschen also das ist eben das maschinenwehr jetzt hier zurzeit in der beta totale maschinenwehr perfekt erstmal wieder zurück gespickt jetzt natürlich noch eigentlich noch das rebellen die stürmen schon wieder die basis perfekt die stürmen schon wieder die basis also zwei stück zwei stück ist nicht besonders lange das geht doch soo können die mal bitte jetzt die die verdammt feindlichen jäger abschießen boah da 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 soo hört mal dieses heulen soo soo achso unsere wir könnten ja auch mal ein bisschen in der third person spielen spielen die der oder die der kann ich mich noch ändern wird er ist und durch name hatte Oh, oh, da ist Darth Vader Wie wir ja schon in unserer letzten Preview gespielt haben Da hab ich ja zufällig Darth Vader gefunden Da hab ich mir gedacht, dass Oh, 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 oh Ah, scheiße Da kam die Gegengranate So Ich möchte auch mal in was Irgendwas steigern Aber ich seh jetzt grad nix Hä? So Das bringt sich wirklich was Also dieses Automatic Turret Dass man das hier Auf Zeiten des Imperium hat Bin ich ein bisschen blöd Weil es nützt ihm eigentlich Ah, scheiße Ich hab den noch rumlaufen sehen Da, wo er jetzt steht Oh, wir sind ja auf der ersten Seite Und die haben schon wieder nicht Wirklich was abgekommen Da muss doch irgendwo jetzt dieses So Jetzt müssen wir eigentlich da schauen Stormtroopler Oh, wir können So Da geht's da durch Können wir die von der Seite erwischen Sturmangriff Smart Das ist hierzu Hier finde ich das ein bisschen blöd Weil du siehst erst jetzt Wenn du rauskommst Da, wo ist der gespawnt? Oh, 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 oh Der soll mich doch kriegen Da, da, da Nein, scheiße Der hat nicht mitbekommen das nein schade versucht habe ich es aber schafft er doch nicht hätte ich muss mg braucht daher rüste ich das jetzt auch aus irgendwie sind wir jetzt hier schon wieder total überlegen weil die haben ich habe ja den rocket launcher wo wo erstmal klassisch den Schild Sturm Nein, keiner So erstmal von hinten jetzt wieder rein Lass mal schauen, dass da keine weitere Bell kommt Jaa, da 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 da!! Woop Otsch Woop! Scheiße da war schon hinter mir wieder der Rebell Dieser Rebell Äh... Nee Das Problem ist, ich will ja nicht fliehen aber jetzt fliehen kann ich einfach am besten so Perfekt. Oh! Ich könnte ja noch die... Hey, mein Lieblingsfreund! Den ich schon jetzt die ganze Folge jage. So. Wow! Scheiße! Oh, da ist ein AT-AT! Jetzt kann ich euch jedenfalls noch die Rebellen-Fraktion zeigen. AT-ST! Border-Walking! TAK 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 TAK! Oh! So! Oh! Wir sind zu weit nach links. Wir marschieren mit dem Walker! Zack! Könnten sich mal wirklich die Jäger darum kümmern? Autsch! Jetzt schon wieder! Wo! Da! 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 Scheiße! Also, ich sag ja so, der Walker ist geil. Aber... Am Anfang, in den ersten... Also, hier hinten ist er vielleicht nicht mehr so gut. Aber jetzt bloß runter. Da ist nämlich schon wieder ein Rebell, der mich angreifen möchte. Jetzt sind wir irgendwie noch jetzt am Ende. Wäre der Freude nochmal cool. Scheiße, er hat nur noch einen erwischt. Meistens sind sie dann so gut, dass ich den zweiten auch noch nicht erwische. Oh, warte, 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 da drüben ist was. Da drüben ist was, was ich möchte. Um euch auch noch das letzte Fahrzeug des Imperiums oder bis jetzt vorzustellen. Den A-T-S-T... äh, den A-T-A-T. Feuer! Jetzt kommt... bekommt ihr's. Und zack, und zack, und zack. Und zack. Victory! Ja, sehr schön. Also, ich muss sagen, das Imperium macht irgendwie hier ein bisschen mehr Spaß. Außer du hast eine sehr gute Gruppe. Und dann winst du eben auch hier. Ah, 64 Kills. Ja, das ist... Das sind die Profis, würde ich mal behaupten. 64 Kills und 4 Tote. Das sind wirklich die Profis, die... ... fast jetzt jeden Schachzug hier schon wissen. Würde ich sagen, gehöre ich nicht dazu. Aber... Ja. Eigentlich soweit ist das eigentlich alles. Und ich werde vielleicht noch ein, zwei weitere Videos machen, aber... Fürs Erste... Oder... Ja. Ihr werdet sehen, ob es das Letzte war. Ich verabschiede mich da... Ich verabschiede mich. Bis dann. Hofft, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Wenn ich auf den Tag f won, Schauce... Das ist...